Sei liebevoll zu Kindern. Wenn ein Kind verstanden und toleriert wird, lernt es, geduldig zu sein. Wenn ein Kind ermutigt wird, lernt es, selbst zu vertrauen. Wenn ein Kind gelobt wird, lernt es, sich selbst zu vertrauen. Wenn ein Kind gerecht behandelt wird, lernt es, gerecht zu sein. Wenn ein Kind geborgen lebt, lernt es, zu vertrauen. Wenn ein Kind anerkannt wird, lernt es, sich selbst zu mögen. Wenn ein Kind in Freundschaft angenommen wird, lernt es, in der Welt Liebe zu finden. Das ist eine Weisheit aus Tibet. Das ist eine Weisheit aus dem Freundschafts siècle. Wenn ein Kind ein tuttiiouter tranz �jewis ist.